So gut dieser hier, wirklich klar. Sicherlich ist der Neubau, der Ford 9600. Ganz sicher, einer der schönsten Kompaktdiesel überhaupt. Mit unglaublich viel Liebe zum Detail gearbeitet. Das sieht man auf den ersten Blick und wenn man dichter rangeht, erst recht. Peugeot, 2 Liter Motor, HX-50 Turbolader. Ähnlich also, technisch aufgebaut, wie gesagt, Ex-Traktor. Der Red Pearl hatte den gleichen Motor, vielleicht ist sogar der gleiche. Wir schauen mal jetzt auf den Kemper bei seinem zweiten Versuch. Der kommt besser weg vom Start. Der kommt deutlich besser weg vom Start.